Dieser Mercedes-Benz GLA 220 ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarzfarbene SUV ist 5-türig, bietet Platz für 5 Personen sowie viel Stauraum fürs Gepäck. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 29.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2014. Der SUV besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Tagfahrlicht, Einparkhilfe, Partikelfilter, Nebelscheinwerfer und vieles mehr. Das stufenlose Automatikgetrieben des sparsamen Allraddiesels überträgt eine Leistung von 170 PS. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017